Willst du grillen, Rainer? Wir haben Wurst dabei und einen Einweggrill. Also Rainer, wir grillen jetzt. Das einzige, was ich euch zu sagen habe, ist, dass ihr voll Idioten seid. Aber Rainer, wir haben Wurst gekauft, wir haben lecker Nürnberger, wir haben lecker Nürnberger, wir haben Schweine-Steaks, wir haben... Und bewegt sich, kommt nichts raus, ich habe nur das Kopf herauf, ich wollte in der Dokumentation, Alter. Ihr seht mich nicht, weil ich gerade Headbanger. Na komm, bauen wir den Grill auf. Verpisst euch, ihr blöden Affen, Alter. Also Rainer, wir grillen jetzt. Wenn du mitgrillen willst, du bist herzlich eingeladen. Ohne Scheiße. Ja? Das ist keine Verarsche. Wir grillen jetzt und wenn du willst... Und jetzt verpisst euch auf. Geht euch gegenseitig in den Arschbumpsen, das macht doch sowieso gerne. Aber ich dachte, du bist der B-Lord, nicht wir. Oder habe ich das falsch? Jetzt seid ihr noch meinen Stiefel im Arsch drauf, dann drehen wir uns weiter an. Okay, dann nicht. Okay, dann halt kein Fleisch für den Rainer. Rainer, das ist die letzte Chance. Also wir laden dich ein zum Grillen, wenn du Bock hast. Seid ihr immer die gleichen Idioten, Alter. Ich hab Kopfhörer auf. Ich hör dich nicht. Du verstehst doch so. Ich hör mich selber nicht mal schreien. Wenn du die Kamera nicht sofort weglegst. Dann? Die Füße in die Hände nehmen wir, bevor ich es da wegnehme. Ich möchte gerne posen, Alter. Okay. Sobald ich aufstehe, rennt es doch sowieso weg.